So, jetzt würde ich aber gerne gleich beginnen. Und zwar gleich mit der starken Ausgangsthese. Finanzkrise 2008 oder 2007 bis 2009, je nachdem wie alt sie sind, manche werden von euch, werden sich nicht mehr daran erinnern, andere schon, war eine unglaubliche Zäsur. Und es ist zwar schon fast 15 Jahre her, aber sie wirkt weiterhin. Und das ist ganz wichtig. Also zum einen der Glaube an die Selbstregulierungsfähigkeit der Märkte ging verloren. Richtigerweise, meine ich. Das Zweite, auch der Glaube an die perfekte Bereitstellung von Geldmitteln, von Liquidität ging richtigerweise verloren. Vor allen Dingen haben aber Millionen Menschen ihren Job verloren, ihr Haus verloren in den USA, sind in die Arbeitsarmut gestürzt worden. Was auch dazu führte, dass der Glaube an dieses neoliberale, marktliberale Regime doch sehr ins Wanken gerät. Vor allen Dingen die Idee, dass der irgendwann zum Wohlstand aller Menschen führen würde. Also in den USA ist es immer noch so, dass die unteren 50 Prozent weniger Vermögen haben, als noch vor der Krise. Vor allen Dingen aber hat sich auch die Vorstellung geändert, dass Zentralbanken irgendwie langweilig passiv werden. Und deswegen meine ich, dass die Phase seitdem und immer noch als Zentralbank-Kapitalismus bezeichnet werden kann. Also was charakterisiert ist im Zentralbank-Kapitalismus? Und das ist eine der wenigen Folien, wo man ein bisschen Text drauf ist, sonst versuche ich das bildlich zu machen. Einmal, Finanzmärkte sind durchgehend krisenhaft bis dysfunktional. Das ist eine starke These, die müssen wir diskutieren. Ich werde das an einigen Stellen ausführen. Zum einen der Interbankenmarkt, das war der wichtigste Geldmarkt bis zur Finanzkrise, ist seitdem nicht mehr existent. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die wichtigste Art, wie Geldmittel bereitgestellt wurden auf dem Interbankenmarkt, der ist nicht mehr existent. Und eigentlich wirken die Finanzmärkte einfach nur verstärkt. Also entweder ist zu viel Liquidität da oder zu wenig und es führt zur Krise. Das heißt, Finanzmärkte sind im Prinzip dysfunktional seitdem. Zweitens, Wirtschaft stagniert. Es ist nicht wirklich zu einer Erholung gekommen seit der globalen Finanzkrise. Drittens, die Regierungen verhalten sich extrem zurückhaltend. Die Investitionen werden nicht wirklich getätigt. Fiskalpolitik, also Investitionspolitik, sehr zurückhaltend. Finanzpolitik ist aber auch nicht sehr stark. Das muss man auch wieder regulieren. Frau Roll wird da sicherlich auch ein bisschen andere Sicht haben. Ich sage aber, es ist zu zurückhaltend insgesamt. Das heißt, die Zahlbanken sind the only game in town. Also die einzigen, die wirklich aktiv agieren, agieren müssen. Denn ohne die ständigen Interventionen, ich werde das noch genauer ausführen, kommt es quasi sofort zu einer Krise im Finanzsystem. Was dann relativ schnell sich in eine Krise der produktiven Wirtschaft oder der Realwirtschaft, wie sie auch manchmal genannt wird, übersetzt. Gleichzeitig sage ich auch, naja, das sind jetzt nicht nur die Heroes, die Helden, sondern die Zentralbanken oder die Heldinnen besser gesagt, sondern die Zentralbanken sind auch ganz maßgeblich an der Stärkung des Schattenbanksystems beteiligt, was ich als einen wichtigen Teil der Krisenhaftigkeit ansehe. Wie kann Zentralbankkapitalismus in einem Bild dargestellt werden? Und Sie werden sehen, ich liebe Graphen. Graphen sind eine unglaubliche Komplexitätsreduktion. Deswegen kann man an den Graphen sehr schön Komplexität aufzeigen. Man muss natürlich dann im nächsten Schritt auch wieder Komplexität einführen. Also, was ist hier zu sehen? Ich erkläre es ganz kurz. Das ist die Bilanz der US-Notenbank, der Federal Reserve, kurz FED, abgekürzt. Hier sehen wir, ich mache mal den Pointer an. Hier unten sehen wir den Zeitstrahl, 2008 angefangen bis heute. Und hier sehen wir die Bilanz in Billionen. Das heißt, eine Billion sind tausend Milliarden. Jetzt sehen wir zu Beginn, 2007 war alles noch normal. Eine Billion US-Dollar-Bilanz ist bei vielen Zentralbanken eigentlich eine relativ normale Summe. Das sind die Geldmittel, die bereitgestellt werden, etc. Ich muss jetzt mal das, Sie ein bisschen wegschalten, damit ich meine eigenen Folien sehen kann. So, heute sind wir hier bei etwa 7,5 Billionen US-Dollar-Bilanz der Federal Reserve. Nur zum Vergleich, der deutsche Staat ist verschuldet mit etwa 2,3 Billionen, also liegt etwa in dieser Größenordnung. Und die Neuverschuldung seit Covid-19 beträgt 450 Milliarden, also ist hier irgendwo unten. Das heißt, es ist eine gigantische Summe, die die Federal Reserve bereitstellt, um das Finanzsystem zu stärken. Es ist aber nicht nur die Federal Reserve, sondern ich habe hier mal einige Banken, Zentralbanken dargestellt. Es ist die EZB natürlich auch. Es ist die Bank of Japan und die Bank of England. Und nochmal hier erklären, Zeitstrahl unten. Hier oben ist jetzt nicht in Dollar angegeben oder in Euro, sondern das ist eine Skala, eine Skalierung, Verhältnismäßigkeit. Das heißt, was sehen wir? Die Bank of England hat heute zwölfmal so viel Bilanzen wie 2008. Zwölfmal so viel. Federal Reserve hatten wir gerade. Die EZB liegt etwa im sechs- bis siebenstelligen Bereich, ähnlich die Bank of Japan. Das heißt, es ist jetzt nicht nur die Federal Reserve, um die es geht, die US-Notenbank, sondern es betrifft eigentlich alle vier Notenbanken, die unglaublich viel Liquidität bereitstellen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wieso eigentlich. Es gab Finanzkrise, 2008 war der erste Sprung von etwa 1,3 Billionen, die die Federal Reserve zugeschossen hat. Und dann natürlich jetzt die Covid-19-Krise. Ein unglaublicher Geldstrom, der notwendigerweise auch, um das System zu bestärken, bereitgestellt werden musste. Was ist denn aber dazwischen? Ich diskutiere ja ganz viel mit Kollegen auch. Dann wird zum Teil gesagt, ja, können wir hier überhaupt von einer Krise sprechen? Weil dazwischen scheint es ja, gibt zwar einen Anstieg, aber fällt es wesentlich ruhig zu sein. Wenn wir uns jetzt anschauen, ich habe viele Grafiken, aber es geht ja auch um eine Visualisierung einer Krisenhaftigkeit. Hier wieder unten der Zeitstrahl. Und was wir hier sehen, ist der Standard & Poor's 500 Aktienindex. Das ist eigentlich der wichtigste Aktienindex weltweit. Hier sieht man die Dotcom-Blase. Das war Anfang der 2000er. Das ist hier die Blase vor der Finanzkrise. Und seit der Finanzkrise geht es rasant steil nach oben. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, wieso Krise? Wenn die Aktien immer mehr an Wert zunehmen, ist das doch wunderbar. Wo soll denn hier eine Krise sein? Ich sehe das etwas anders. Ich sage, und bin ich natürlich nicht alleine, viele andere auch, dass ich hier eine gigantische, und ich rede wirklich von einer gigantischen, noch nie dagewesenen Blase aufbläst, gewissermaßen, der Ausdruck der Krise ist und Ausdruck des Zentralbankkapitalismus. Da kommen wir natürlich im Laufe nochmal zu sprechen. Und er spiegelt vor allen Dingen nicht den Zustand der produktiven Ökonomie dar. Die liegt eigentlich weiterhin am Boden. Trotzdem sind die Aktienmärkte hier ganz oben. Das heißt, wir müssen, ich komme immer wieder zu diesem Bild zurück, uns nochmal genauer angucken, was hier eigentlich zu sehen ist. Die Federal Reserve hat 2015 Märkte, zwischen 2005 und 2018, ja, die Geldmittel sind etwa ausreichend. Und dachte dann, dass sie ja die Geldmittel auch wieder zurückfahren könnte. Wir sehen seit 2018 den Versuch der Federal Reserve, zur Normalität zurückzukehren. Also zu der Art und Weise, wie sie vor der Finanzkrise die Geldmärkte reguliert hat. Nicht, die Finanzmärkte reguliert hat. Und dann sehen wir nämlich, dass schon vor der Covid-19-Krise es wieder zum Anstieg kam. Was ist also hier im September 2019 passiert? Und ich und andere nennen das die Repo-Krise. Und die müssen wir uns jetzt genauer anschauen, weil das auch ein Ausdruck, das heißt, ich zoome mal in diesen Bereich rein. Was ist hier eigentlich passiert? Im September 2019. Jetzt habe ich noch eine andere Grafik, wo wir sehen, hier wieder der Zeit strahlen. Wir sind jetzt enger, zwischen 2017 und 2021. Und hier ist der Repo-Satz. Das müssen Sie jetzt gar nicht verstehen, was der Repo-Satz genau ist. Es ist die Zinsrats für den Repo-Handel. Aber Sie können einfach, es ist gewissermaßen der Risikoaufschlag, den die Finanzakteure bei einem bestimmten Handel sich gegenseitig auf den Handel draufschlagen. Und an diesem Repo-Satz kann man sehr schön sehen, den Versuch der FED zur Normalität. Die FED, die Federal Reserve, die US-Notenbank glaubte, naja, wir können auch jetzt im Prinzip zurückgehen. Alles ist gut, Finanzmärkte haben sich stabilisiert, gehen wieder zurück zur Normalität. Und haben das auch getan. Und man merkt schon, das ist jetzt die normale Bewegung, die Märkte, der Risikoaufschlag wird immer höher, weil die Federal Reserve, die wichtigste Notenbank der Welt, zieht sich raus. Und ganz plötzlich, völlig unerwartet, schießt dieser Repo-Satz in die Höhe, innerhalb von ganz wenigen Tagen, passte nicht mehr rauf, liegt jetzt etwa, lag damals in diesen Tagen bei fast 10 Prozent, die nochmal draufgeschlagen wurden. Also eine Höhe, die wir eigentlich nur bei der Finanzkrise erlebt hatten. Und das, obwohl immer noch etwa die Zentralbankbilanz der Notenbank immer noch 4 Billionen, also 4.000 Milliarden US-Dollar betrag und die Bankreserven bei der Federal Reserve immer noch bei 2.000 Milliarden Dollar lagen. Was hat die Fed gemacht? Sie hat kurz gezögert, denn sie dachte ja, sie könnte zurück zum normalen Modus gehen und hatte auch nie vor, in diesem Markt stark aktiv zu sein, hat aber dann innerhalb weniger Tagen gemerkt, es funktioniert nicht und gewissermaßen alle, fast alle Notfallmaßnahmen reaktiviert, die in der Finanzkrise zum Zugrück kamen. Das heißt, die Federal Reserve hat gemerkt, ich kann nicht zur Normalität zurückkehren. So, das muss man natürlich doch nochmal klären. Jetzt wird es ein bisschen komplex, aber das ist für das Argument wichtig. Was ist eigentlich Repo? Dennoch möchte ich kurz zusammenfassen. Also, Grundthese, Zwischenfahrt, sind die Finanzmärkte seit der globalen Finanzkrise instabil. Zentralbanken sind gezwungen, äußerst unkonventionell zu agieren. Wir kommen darauf noch zu sprechen und massiv Liquidität bereitzustellen. Warum? So, ich liebe diese Grafik. Das ist die Veranstaltung des Internationalen Währungsfonds, des Schattenbanksystems. Man hat das Gefühl, man hat da irgendwie mit Schaltkreisen zu tun oder irgendwas total komplex. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Ich versuche das mal zu verdeutlichen. Ganz einfach. Wir haben einmal die Geldmärkte. Das heißt, hier versorgen sich die Finanzakteure mit Geld, mit Liquidität. Und wir haben die Kapitalmärkte. Hier wird das Geld angelegt. Das Schattenbanksystem verbindet diese beiden Märkte. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, wie es das tut. Es ist ein gigantischer Markt inzwischen. Es ist inzwischen das Zentrum des globalen Finanzsystems. Das Finanzsystem funktioniert nicht mehr ohne das Schattenbanksystem. Und es wächst weiter. Wir haben es hier mit einer anderen Form von Kreditvermittlung zu tun. Außerhalb des regulären Bankensystems. Das ist wichtig. Es ist unreguliert. Und das zentrale Argument, wie sich die Akteure hier Geldmittel bereitstellen, sind die Repos. Und die möchte ich ganz kurz erklären. Es ist auch gar nicht so kompliziert. Repos, Repurchase Agreements, Rückkaufvereinbarungen. So. Wir haben hier einen Kreditnehmer, also eine Institution, die Geld benötigt. Und wir haben eine Institution, die Geld hat. Und jetzt führt das Schattenbankensystem diese Akteure zusammen. Aber es funktioniert nicht, wie der Neoklassik uns erklärt, dass die Marktheimer sich irgendwie selbstständig führen werden. Das funktioniert nicht. Sondern es gibt Market Maker, die zwischenschaltet. Das sind große Kliegunghäuser, große Investmentbanken, GP Morgan und andere. Da kann Rainer Voss sehr viel mehr zu sagen. Die sind zwischenschaltet. Und die Market Maker machen mit diesen unterschiedlichen Teilnehmern Repos. Das heißt, ich habe das versucht, mal ein bisschen zu veranschaulichen. Das Geld wird zudem der Person weitergeleitet. Da wird natürlich mitgemacht, die das benötigt. Und die andere Person, die das Geld benötigt, verkauft aber Wertpapier. Das heißt, es ist nichts anderes als eine Pfandleihe. Es ist natürlich deutlich komplexer als eine Pfandleihe. Aber das Grundprinzip ist eine Pfandleihe. Das heißt, ich gebe dir Geld und du gibst mir dafür eine Sicherheit, ein Pfand. Und dieses Pfand sind Wertpapiere. Ganz wichtig, die Wertpapiere, die am liebsten gehandelt werden, sind Staatsanleihen. Deswegen auch die ganz große Nachfrage an der Staatsanleihen. Das ist wunderbar, um sich auch weiter zu verschulden. Was ich jetzt nicht schlecht finde, aber die Staatsanleihen bilden sozusagen einen Grundpfeiler. Repos sichern nun den Handel insgesamt ab. Das ist noch mal komplexer. Ich will es jetzt aber nicht noch mehr Komplexität einführen. Was Sie sich einfach merken können, es geht hier um die Bereitschaft, die Bereitstellung von Geldmitteln gegen Wertpapiere. Und der ganze Witz und deswegen Repo ist, dass diese nach kurzer Zeit und die im allermeisten Overnight, also am nächsten Tag, wieder zurückgekauft werden. Das heißt, es ist die Bereitstellung von Geldmitteln für einen ganz kurzen Zeitraum. Gut, es können auch Repos, längere Repos gemacht werden, bis zu einem Jahr. Aber der Standard sind eigentlich Overnight und bis zu drei Monaten Repos. Aber länger wird das gar nicht gemacht. Und als Sicherheit sind, wie gesagt, diese Wertpapiere. Und die Idee des Ganzen, und da sind ganz viele Regulierungsbehörden fantastisch begeistert gewesen, bis zur Finanzkrise, und haben gesagt, ja super, das ist ein sehr sicheres System. Weil diese Wertpapiere sind ja immer, selbst wenn der Kreditnehmer pleite gehen sollte, hat der Kreditgeber ja immer noch das Wertpapier. Und das ist noch schöner. Es gibt zusätzlich noch einen Risikoaufschlag, sogenannten Herdcard, auf das Wertpapier. Und dieses Wertpapier wird tagtäglich geschaut, was für einen Wert hat das eigentlich noch? Und wenn der Wert absichern sollte, wird sofort, muss Liquidität oder andere Sicherheiten nachgesteuert werden. Unglaublich sicher. Ein gewünschter Lebeneffekt, hatte ich schon gesagt, es gibt eine sehr hohe Nachfrage nach Staatsanleihen. Das Problem ist bloß, wenn man von der Mikrosichtweise, also wenn man eine reine Mikrosichtweise hat, könnte man sagen, ja wunderbar, ein sehr sicheres System. Aber die Makrosichtweise sagt etwas anders. Was passiert denn nun, wenn nicht ein Wertpapier, sondern massenhaft Wertpapiere in einer Krise an Wert verlieren? Dann kommt es nämlich zu einem Treibelskreis. Und ich deute den hier nur an. Also, es kommt um einen Wertverlust massenhaft von Wertpapieren, weswegen auch immer, einer Panik, wie auch immer. Es kommt zur Erhöhung der Sicherheitsaufschläge, der sogenannten Herrcuts. Der Bedarf an Sicherheiten erhöht sich. Es werden diese Margin Calls, also der gemacht, das heißt, diese taglichen Nachfragen nach mehr Sicherheiten. Das führt zu einem Zunahme des Preises der Repos. Die Finanzliquidität nimmt ab. Es müssen Wertpapiere verkauft werden, um wieder mehr Liquidität zuzusteuern, um mehr Sicherheit zu stören. Das heißt, wenn aber viele Wertpapiere verkauft werden, kommt es zum weiteren Wertverlust und so weiter und so weiter. Es setzt automatisch einen Teufelskreis in Gang, der irgendwann zu einer Panik auf den Repomärkten führt. Geldmärkte kollabieren, System der Marktmacher kollabiert. Das Schattenbankensystem bricht zusammen und mit ihm dann das gesamte Finanzsystem. Genau das haben wir 2008 festgestellt. Genau so ähnlich lief das aber auch in der Repo-Krise im September 2019. Und genau so lief das übrigens, das haben ganz wenige nur gesehen, denn die Covid-19 war auch eine Finanzkrise. Im März, Mitte März 2020 kam genau dieses selbe System, dieser Teufelskreis zum Tragen. Und ich stelle das gleiche nochmal bildlich, aber das ist das gleiche Argument, was ich bildlich nochmal ganz kurz darstelle. Lipomärkte wackeln, Geldmärkte brechen zusammen, System der Marketmaker kollabiert, dadurch kollabiert das Schattenbanksystem, es gibt keine Finanzierung mehr der Kapitalmärkte und die Zentralbanken sind schlussendlich die einzigen Akteure im ganzen Finanzsystem, die überhaupt noch Liquidität besitzen. Kommen wir vielleicht in die Diskussion noch drauf, wieso das der Fall ist. Diese Liquidität können sie dem Bankensystem bereitstellen, sie konnten es bis zur globalen Finanzkrise, aber nicht dem Schattenbanksystem bereitstellen. Und das war ein Problem, denn das Schattenbanksystem war ja zentral. Das Bankensystem hat die Liquidität gern genommen, aber es ging um die Stabilisierung des Schattenbanksystems. Und deswegen hat die Federal Reserve als erste erkannt, sie muss radikal eine neue Politik fahren und was sie gemacht hat ist, sie ist selbst zum Marketmaker geworden. Das heißt, und hier sollte jetzt eigentlich die Federal Reserve, ich kriege, richtigerweise werde ich jetzt von Frau Reu verbessert gesagt, ist das etwas anders, das ist richtig, aber für die Federal Reserve gilt das, es gilt auch für die Bank of England, die sich als eigene Marketmaker auf Last Resort dann direkt in den Finanzmarkt, im Schattenbanksystem, das muss man sich, also die Federal Reserve ist im unregulierten Schattenbanksystem tätig, um das regulierte Bankensystem zu retten. da müssen wir in die Diskussion gleich nochmal genauer rein, was bedeutet das eigentlich, ich habe ja noch ein Zitat von der Deutschen Bundesbank, die sagt ja, dass in der Finanzkrise der Geldmarkt faktisch dysfunktional wurde und die Zentralbanken den Geldmarkt aufgefangen haben. Das heißt, es wurden komplett neue Absicherungsmechanismen erdacht, quasi ad hoc in der Finanzkrise, es kam zu einer wahnsinnigen Stimulation des Geld und Wertpapier im Repo-Markt ist notwendigerweise zur Stabilisierung und auch heute noch ist es so, dass Marktliquidität, also ob ich ein Wertpapier, wie gut ich ein Wertpapier verkaufen kann, hängt eigentlich davon ab, ob ich es irgendwie zu einer Zentralbank verschieben kann oder nicht. Das heißt, ich meine, ich spitze es jetzt wirklich zu für unsere Diskussion nachher. Wir haben es im Prinzip mit Sozialismus pur zu tun im Finanzsystem. Die Zentralbank gibt Preise für bestimmte Wertpapiere an, gibt verschiedensten Akteuren Geldmittel, die sie benötigten und setzt somit einen Preiskorridor fest, den die Marktteilnehmer auch akzeptieren, weil das System einfach krisennach ist. Wenn wir gleich im Anschluss diskutieren. Das heißt, ich sage ja, wir können eigentlich sagen, dass es seit der globalen Finanzkrise wir in der permanenten Krise sind. Und was wir hier sehen, dieser massive Anstieg der Bilanzen, und ich komme gleich zum Ende, ist ein Ausdruck tiefer und radikaler Unsicherheit im Finanzsystem. Also meine letzten beiden Folien. Einmal das Dilemma der Zentralbanken. Das heißt, die Zentralbanken sehen, sie müssen massiv Geld bereitstellen, sie müssen unkonventionell handeln. Gleichzeitig führt dieses unkonventionelle Handeln dazu, dass die Aktienmärkte immer weiter steigen und sich diese gigantische Blase, die sie am Anfang gesehen haben, aufbaut. Wenn die Zentralbanken aber aufhören würden, kommt es sofort zur Krise. Das heißt, um diese Krise zu verhindern, muss das Schattenbanksystem gestärkt werden, kommt zur Blasenbildung und die Instabilität nimmt weiter zu. Ein Dilemma, in dem die Zentralbanken sich befinden. Das heißt, was die Zentralbanken machen, sie kaufen sich Zeit. Nicht sich, sie kaufen Zeit. Sie selbst sind nicht in der Lage, aus diesem Dilemma rauszukommen. Sie kaufen Zeit, und das ist jetzt mein Punkt für die letzte die Regierung aktiv handeln. Und das seit 15 Jahren. Leider haben die Regierungen bislang wenig darauf reagiert. Und ich deute jetzt mal Lösungen an. Das müssen wir natürlich gleich in der Diskussion nochmal wirklich auf Herz und Nieren prüfen und auch kontrovers diskutieren. Erstmal natürlich, es gibt keine einfache Lösung. Es ist äußerst komplex. Aber ich sage, es gibt Anfänge und da muss man im Prozess natürlich gucken, wie es weitergeht. Erstmal, das Schattenbanksystem muss eingeschränkt werden. Der Glaube an dieses freie marktliberale System, was Liquiditäts bereitstellen wird, super funktioniert, ist vielgeleitet. Das Problem ist natürlich, wenn das Schattenbanksystem wirklich zurückgefahren werden sollte, was sich leider bislang nicht abzeichnet, könnte es sein, das müssen wir auch wieder diskutieren, dass die Nachfrage nach Staatsanleihen abnimmt. Und das gerade zu dem Zeitpunkt, wo alle Staaten notwendigerweise massiv investieren müssen, zum einen wegen Covid-19, aber demnächst auch hoffentlich wegen der Transformation, wegen dem Klimawandel und so weiter. Das heißt, es gibt eine hohe Schuldenlast und die Frage ist, wer nimmt dann die Staatsanleihen ab? Das heißt, ich sage, und das wird sehr kontrovers, ich glaube, wir müssen die rote Linie der verbotenen Staatsfinanzierung der Zentralbank hinterfragen. Wieso können die Zentralbanken, die Bank of England hat das gemacht in der Covid-19-Krise, hat gesagt, wir kaufen die Staatsanleihen uns des eigenen Staates auf. Wie läuft es zur Zeit? Die Staaten geben Staatsanleihen auf, die Großbanken kaufen diese auf und kaufen sie eigentlich praktisch direkt weiter an die Zentralbank. Also nur zum Vergleich, die Bank of Japan besitzt fast 100% aller Staatsanleihen des japanischen Staates, die EZB besitzt etwa 75% der Staatsanleihen der verschiedenen Staaten in der Eurozone. Wieso können sie die nicht direkt aufkaufen? Die Großbanken verdienen damit einfach gutes Geld. Drittens, aktive Fiskalpolitik, das ist das Nonplusultra. Es muss eine echte Nachfrage geben. Zentralbanken können dieses System nicht aus der Krise rausholen. Das kann nur eine aktive Fiskalpolitik, das heißt, es muss eine echte Nachfrage haben. Und es bietet sich ja so dermaßen an mit den Klimaschutzmaßnahmen, die notwendig sind, mit dem Green New Deal, der gefordert ist, der noch viel größer sein muss, als das, was bislang angedacht wird. Also die Nachfrage bietet sich einfach an. Das sollte natürlich in Form von nachhaltiges Wachstum sein. Da muss man auch wieder sich überlegen, was bedeutet das genau? Ich habe es mir hier genannt, eine Transformations Euphorie schaffen. Und dann muss die Transformation natürlich gerecht sein. Der Reichtum konzentriert sich gerade extrem bei den Reichten. Ich habe hier echt 0,1 bis 0,01 Prozent, wo sich massiv Reichtum konzentriert, wer ständig zu neuen Blasen führt. Und ich bin jetzt wirklich gleich zu Ende. So, und dann, und das müssen wir auch kontrovers das müssen. Ich glaube, man sollte auch die Pensionsfonds abschaffen und einfach eine allgemeine staatliche Rentenversicherung wieder einführen. Weil diese Pensionsfonds haben natürlich das Problem, dass sie Geld für 30, 40 Jahre anlegen, was irgendwie Zinsen erschaffen soll, das ist völlig unrealistisch und gerade und auch wieder weiter zu Blasen führt. Fiskal- und Geldpolitik sollten Hand in Hand gehen. Und jetzt auch nochmal einen letzten Punkt, haben wir ganz am Anfang auch schon, Jörg Harz hat das gesagt. Ich meine, dass deswegen, weil Zentralbanken so wichtig geworden sind, weiter demokratisiert werden müssen. Das heißt, wir müssen vielleicht auch die Neutralität der Zentralbank unterfragen. Und damit stoppe ich meine Präsentation. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Joscha Wohlweber.